Hey ho, ich bin Ronja und heute gibt's noch neue Hölge Phönix. Letztes Mal haben wir, naja, ähm, nicht so viel gemacht. Wir haben Tops und Flo auf jeden Fall ein kleines Geschenk da gelassen, aber das war's dann noch so ziemlich. Wir haben, ja, ich mein, haben wir mit dem Haus angefangen, obwohl ich gesagt hab, wir fangen mit dem Haus an. Nee, das jetzt nicht. Richtig, Ronja, hat zu viele Dias. Haha, sehr witzig. Ein bisschen Blöcke fürs Haus von Flo. Okay, Flo hat mir Cobblestone geschenkt. Ja, und eine 3D-Regenbogen-Autogrammkarte und ein Shirt. Das Shirt hat gute Aberwerte, deswegen ziehen wir das Shirt mal an. Ähm, ich mein, das hat quasi den Wert von der Diamantrüstung. Da seh ich mich doch, oder? So, was haben wir hier? Oh, eine Spinne. Hallo, Spinne. Wie geht es dir? Ich hab, äh, ein bisschen mit Monstern gekämpft. Das ist übrigens mein Haus, okay? Seht ihr das? Ich hab ein Haus. Da, bam. Das ist ein Baum und du kannst in den Baum gehen. Da ist nämlich eine Tür. Und da oben war eine Plattform drauf. Bam. Bin ja so gut. Ein Haus. Okay, die, die Karte tun wir mal in die Shirtbox. Generell, wir tun mal ein bisschen Kram in die Shirtbox. Und die nehmen wir dann auf, weil wir sie schlauerweise weggeschmissen haben. So, was haben wir denn hier noch für Quests, die wir kompletten können? Wir haben Krieger, Fische, Community, magisch. Fischen, hab ich jetzt noch nicht so viel gemacht. Krieger, würde ich mich eigentlich schon sehen. Ich brauch 30 Zombies, ich hab 15 Zombies. Hm, naja. Also, das ist wie es ist. Was haben wir denn? Hier ist auf jeden Fall... Oh! Warte, hier sind Diamanten. Warte. Ey, ich werd hier abgeschossen. Skelett, hallo? Nein, stopp. Team. Skelett, nein. Was soll denn das? Ey, und ein Zombie. Was ist... Hier ist noch ein Zombie. Und eine Spinne. Und noch ein Skelett. Ah! Ich hätte nicht runtergehen sollen. Die Diamanten waren Bait. Nein! No! Das ist... Oh! W-w-w-w-w-w-w. Ah! Ich werd immer weiter in die Höhle reingeschmissen. Stopp! Den Wahnsinn! Ah! Nein! Ah! Was ist denn das? Das ist dein einziges Gemetzel hier unten. Hab ich... Hab ich gesagt, wir haben die Killmonster... Irgendwas explodiert! Warum explodiert? Wird da was? Okay. Es sieht aus, als hätte mir da irgendjemand eine Falle gestellt. Und als wäre ich nicht in die Falle getapst. Weil ich nämlich von den Monstern hier runtergeschmissen wurde. Ich mein... Oh! Da war eine gute Menge TNT drin, würde ich einfach mal sagen. Das kann kein Creeper gewesen sein. Das war schon eine gute Menge TNT. So. Naja. Äh... Ich mein, das hat auch was Schönes, oder? Sieht doch... Sieht doch kuschelig aus. Ja, gut. So viel dazu, hm? Dann... Würde ich sagen, bin ich... Bin ich froh, dass ich nicht in die Luft gejagt wurde. Aber andererseits wurde ich von einem Zombie getötet. Also weiß ich nicht, was schlimmer ist. Ja. Ich geh einfach mal davon aus, dass es der liebe Flo war. Weil... Ja. Weil der gute Flo ja auch... mir eine kleine Kiste da gelassen hat. Und... Hier ist übrigens... Ich hab alles Passwort geschützt, damit es verständlich. Hier ist mein Haus, ja? Hier ist mein Reich. Ich habe mir hier so eine Art... kleinen innerirdischen Aufgang gebaut, ja? Viele Regenbogenwolle sind das. Es ist ziemlich hoch, das Ganze, wie ihr vielleicht seht. Ich weiß, ich weiß. Beeindruckend. Und es sieht wunderschön aus, oder? Seht ihr das? Wow. King of the Ladder. Das... Das habe ich nun durchgeskillt. Denn ich habe eine lange Leiter. Und ich möchte hier schnell... ähm... schnell hochkommen. Deswegen haben wir da 15 von 15 Punkten reingetan. Es sieht schick aus, oder? Also die Regenbogenbäume, die haben einfach was. Ich habe hier einige Kisten. Einige Öfen. Ich habe ein bisschen Eisen hier verbrannt. In den Kisten ist noch nicht so viel drin. Teils, teils. Hier sind meine ganzen Wertgegenstände. Also Dias und, äh... Naja. Redstone. Okay. Ich meine... Da machen wir uns jetzt erstmal auch einen Helm draus. Und wir machen uns jetzt keinen Pferdehelm draus. Wir machen uns einen normalen Helm draus. Langsam haben wir eine Diamant-Ausschattung. Wir haben einen Helm. Wir haben das Shirt. Ich meine, das Shirt ist nicht von uns, aber das Shirt. Wir haben den Helm. Äh, sorry. Wir haben das... Doch, wir haben den Helm. Ich glaube, das war's. So, aber es sieht gut aus, oder? Gefällt's euch? Ich meine, momentan ist es noch nicht viel. Ja, ich habe noch kein Dach. Aber ich glaube, die anderen haben auch noch nicht so wirklich ein Dach. Hier sind meine weiteren Bauhaus-Baterialien. Da bin ich, äh... Da kann ich noch ein bisschen weiter dran arbeiten. Aber ich muss sie essen. Meine Kartoffeln sind nämlich langsam leer. Obwohl, naja, 62. Na, egal. Fleisch bringt mehr Lebenspunkte als gebratene Kartoffeln. Glaube ich jedenfalls. Deswegen ist es nicht schlecht, das dabei zu haben. Was haben wir denn noch? Zombies habe ich jetzt keine weiteren angerechnet gekriegt. Das ist ein bisschen schade. Hier schenke ich einem Mitspieler ein Geschenk. Das haben wir gemacht. Ansonsten Händler. Die erste Falle. Wisst ihr was? Bauer eine Falle für einen Mitspieler. Florian? Es tut mir leid, aber du musst dran glauben. Ich... Ich mach dich kaputt. Ich habe hier ein bisschen Gunpowder gefarmt, ja? Vielleicht... Vielleicht habt ihr eine kleine Ahnung, was wir hier vorhaben. Und zwar... Hab ich ja... Ich hab ja ein bisschen mit Monstern gekämpft, ja? Es ist ja alles ganz legitim. Das heißt, wir haben nun... Wir haben diesen Eimer voller Lava. Wir haben ein bisschen Gunpowder. Wir sind bestens vorbereitet für die Falle. Das ist übrigens mein Balkon. Wie findet ihr meinen Balkon? Oder Dachterrasse oder wie auch immer wir es nennen wollen. Ich weiß, ich weiß. Es ist ganz schick. Ich weiß. Nein, aber da denke ich mal... Lässt sich bestimmt was Kleines mitmachen. Wir haben... Was brauche ich denn noch? Muss ich noch irgendwas mitnehmen? Ansonsten mache ich mich nämlich gleich auf den Weg. Hier... Das ist alles nur Baumaterial. Ich glaube... Hier war ich noch nicht so... Nicht so fleißig. Hier haben wir noch Eisen. Die Geldscheine. Ich muss mir da mal ein Wadded für machen, aber... Gerade ist es einfach nur... Hm. Naja. Ich brauche es ja noch nicht. Noch brauche ich ja das Geld. Also, für nichts. So. Okay. Folgender Plan. Wir... Wir bauen eine Falle. Wir brauchen Redstone. Wir brauchen... TT. Beziehungsweise Gunpowder erstmal. Wir brauchen... Ein bisschen Lava. Wir craften uns... Zuallererst... So einen... Ich glaube... Kolben ist das deutsche Wort dafür. Ähm... Sorry. Ich habe mein Spiel schon immer auf Englisch. Also generell alle Spiele. So. Wir haben uns diesen Kolben jetzt hier... Erschaffen wir. Ich weiß... Ich weiß ehrlich gesagt... Ich bin kein Redstone-Profi. Das heißt... Der ganze Prozess... Habe ich jetzt den Kolben mit mir gecraftet? Ich bin... Ich bin ja so clever. Ähm... Naja. Der ganze Prozess... Des... Naja... Fallenbauens... Und des... Layouts der Falle... Wird ein bisschen dauern. Also... Das ist einfach so. Ich bin... Jetzt... Jetzt einmal hin. Ähm... Ich bin da nicht so geübt drin wie die anderen. Das heißt... Es könnte einen Moment dauern. Und ich... Ich habe auch noch nicht so genau den Plan, was ich machen möchte. Denn alles, was ich weiß, ist, dass ich eine schöne Redstone-Leitung haben möchte. Und dann... Ich weiß nicht... Was mir so eingefallen ist... Flo hat ja zum Beispiel diesen... Ich glaube, Flo und Top Spider. Die haben ja diese Aufzüge in ihrem Haus, ja. Pff. Was für Plaps. Man könnte auch immer nur Leiter benutzen. Und Leiter als Fähigkeit. Äh... Leiter klettern. Einfach auf 15 von 15 machen. Pff. Also. Nein, aber... Da könnte man vielleicht irgendwas machen. Dass sie es halt nicht kommen sehen. Ja. Dass sie einfach ihren Aufzug benutzen. Und dass sie dann... Irgendwie durch die Gegend geschleudert werden. Das ist momentan jedenfalls der Plan. Ich nehme... Ich glaube, ich nehme einfach so viel Redstone mit, wie ich... Wie ich denke, dass ich brauche. Ich meine... So ein ganzes Bündel sollte ja reichen. Ich will damit ja nur eine Spur legen. Das Haus von Flo ist da hinten in der Ferne. Falls ihr es sehen könnt. Und... Oh. Voilà. Seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Ist das nicht der cleverste Weg, das Haus zu verlassen? Jemals. Ich meine, kletter ich die Leiter runter? Ganz bestimmt nicht. Habe ich hier eine kleine, aber feine Absprung-Möglichkeit? Ich denke mal schon. So. Ich hoffe, ihr seid... Aber diese Melonenkiste, ja, muss ich sagen. Ich habe keine Ahnung, wie Flo die gemacht hat. Aber die ist schick. Hat schon was. Aber... Also jetzt mal ohne Spaß. Ich bin halbwegs stolz auf meine Hausanfänge. Deswegen hoffe ich... Ihr seid zufrieden. Ihr habt jetzt hier eine Weile ertragen müssen, dass ich nur dieses schicke, wirklich überaus beeindruckende Aschhaus habe. Ich nehme mir den Crafting-Glock kurz mit, weil den werde ich bestimmt noch brauchen. Obwohl, Flo hat sicher auch eins im Haus, aber naja. Es kann ja nicht schaden, einen kleinen Crafting-Glock dabei zu haben. So, Moment. Dann können wir gerade auch, wenn wir ihn gerade eh schon haben, ein paar Stöcke machen. Und wenn wir die Stöcke gerade eh schon haben, können wir noch eine Schaufel kreieren. Denn, meines Wissens nach, braucht man für TNT Sand. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal ein bisschen Sand ab. Weil ich habe momentan nur das Gunpowder. Und habe da noch nicht so wirklich die Utensilien zu. Und ich habe aber halbwegs viel Gunpowder. Wir können... Wir können da bestimmt was Kleines draus machen. Ich will nicht, dass dein ganzes Haus in die Luft fliegt. Bevor jetzt irgendjemand sagt, Oh nein, Ronja, was tust du da? Ja, ich meine, momentan tue ich eh noch nichts. Aber bevor jetzt jemand sagt, Oh nein, was hast du vor? Das kann doch nicht sein. Ich will ihnen jetzt nicht das ganze Haus in die Luft jagen. So ist es nicht. Ich meine, habe ich in der Vergangenheit von der TNT-Kanone geredet, die ich gerne einfach, ja, einfach platzieren würde. Klar. Aber das mache ich ja auch nicht. Ja, das ist... Ich bin ja kein Unmensch. So, TNT. Dafür brauche ich vier Sand. Warte. Gunpowder. Ich habe doch immer Gunpowder. Musst du mich veralbern? Ich habe doch Gunpowder. Irgendwie funktioniert. Okay, ich habe mir jetzt das TNT-Kanone gecraftet. Das hat einen Moment gedauert. So. Killen hier weiter ein paar Viechsees. Ähm, nee. Also folgender Plan. Wir wollen ihn ja eher erschrecken, ja. Wir wollen ihn vielleicht so ein bisschen durch die Gegend schleudern und ein bisschen TNT hochgehen lassen, aber ich will nicht, dass ihm wirklich das Haus in die Luft fliegt, weil dafür hat er sich zu viel Mühe damit gegeben. Das wäre schade. Ich bin ein bisschen nervös, weil dieser Creeper mich hier verfolgt. Uah. Dass die unsichtbar werden können, ist auch einfach nur fies. Okay. Nee, wir haben ihn. Wir haben ihn erledigt. Und auch im unsichtbaren Modus können wir Monster einfach besiegen, weil ich so gut bin. Mmh. Nee. Äh, Spaß beiseite. Ich bin... Ich bin ganz froh, dass ich von Monstern, besser vorhin von dem Zombie... Aber das waren so viele Monster, okay? Da konnte ich nichts für. Nicht mehr so oft sterbe. Das Haus, was er vor hat zu bauen, sieht wirklich sehr, sehr schnieke aus. Ich war ehrlich gesagt noch nie bei Flo. Äh, er hat hier diesen Ofen... Oh, der sieht schick aus mit der Flamme. Dann haben wir... Er hat auch eine Schalkerbox. Er hat einen Haufen Kisten. Er hat eine kleine Farm mit kleinen Schweinchen. Das Haus ist riesengroß. Dann hat er hier diese Aufzüge. Genau, das sind die Aufzüge, von denen ich geredet habe. Und das ist nämlich der Plan, ja? Hier fangen wir jetzt nämlich an, eine kleine, aber feine Falle aufzubauen, ja? Und zwar, ähm... Ich weiß noch nicht genau, auf welcher Etage ich das Ganze machen möchte. Ich glaube, hier ist gar nicht schlecht. Hier ist auch gute Beleuchtung. Dann habe ich nämlich keine Lust. Da hinten, die Treppe ist wichtig. Ist das im Hintergrund? Und wow, holy. Okay, ich habe mich... Ich habe mich gut gefühlt mit meinem Baumhaus, aber langsam fühle ich mich minderwertig mit meinem Baumhaus. Naja, man kann nicht alles haben. Wir haben jetzt hier diesen, diesen Kolben, ja? Der Kolben soll ihn mehr oder weniger wegstoßen, wenn er nach oben kommt. Das heißt, wir machen den Kolben hin, dann machen wir jetzt hier so eine Art Redstone-Spur. Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich probiere das jetzt alles einfach durch, wie das ordentlich funktioniert. Ich glaube, ja, folgendes. Ich möchte hier so eine Art größere Sache machen. Das heißt, wir verlegen jetzt erstmal gleich eine längere Spur und bauen jetzt erstmal noch so einen Kolben hin. Weil davon brauchen wir bestimmt noch einen. Das heißt, wir wollen so eine Spur außenrum verlegen und dann da hinten, hinter dem Block, ja, ist ja so eine Art kleiner abgetrennter Raum. Da habe ich überlegt, können wir gleich noch was reinmachen. Bis dahin wird es aber wahrscheinlich noch ein Momentchen dauert. Zum Aktivieren brauchen wir Fackeln, meine ich. Also damit die Redstone-Leitung auch leuchtet. Deswegen, äh, ich habe ja diesen kleinen Labereimer mitgenommen, ja? Das können wir da hinten in den Raum vielleicht so eine kleine Überraschung machen. Naja. Okay, ich habe jetzt, ist das jetzt aktiv? Die Fackel brennt, aber ist das jetzt aktiv? Ich weiß es nicht. Okay, wir machen das auf, wir machen die sichere Weise, ja? Wir machen hier nochmal einen Block hin, dann machen wir da eine Redstone-Leitung auf den Block drauf. Und, äh, können dann, ja, können das dann da drüber führen, ja? Das leuchtet aber nicht. Okay, nee. Nevermind, das funktioniert nicht. Vielleicht brauchen wir erstmal eine Spur. Genau, okay, jetzt funktioniert es. Das heißt, wir müssen, wir müssen es an der Fackel haben, aber die Fackel muss auf der gleichen Ebene sein. Sonst läuft das nicht. Warum die Fackel jetzt aber nicht funktioniert, ist mir ein Rätsel. Äh, ja. Okay, wir bauen diesen Block wieder ab, der hat uns eh nichts gebracht. Wir sind hier noch komplett in den Anfangszügen, ja? Unseres Projekts, ja. Das Projekt heißt Ärgerfluch. Ich weiß nicht genau, wie ich hier rangehen soll. Wir bauen das nochmal ab, komm, Schluss, Ende. Wir fangen nochmal an euch. Das kann ja auch nicht sein. Ich meine, ich glaube, ich habe mich hier so ein bisschen vertan. Wir sammeln das wieder ein. Ich finde es gut, dass man die Redstone zurückgibt und das nicht ist wie Glas. So, wir haben hier die Druckplatte, ja? Das ist unser Ausgangspunkt. Wir haben hier eine Fackel. So, reden müsste man auch mal können. Eine Fackel dran. Dann haben wir, es geht mir auch drum. Ups, das habe ich eigentlich schon herausgefunden, dass das nicht geht, aber naja. Wir haben hier. Irgendwie muss man ja auch da hochkommen. Wieso geht denn das nicht? Wie kommt man denn über Ebenen? Hä? Wieso funktioniert das nicht? Ich möchte hier doch nur so eine Art kleinen... Ihr werdet sehen, was es ist, wenn es fertig ist. Ich kann das schlecht beschreiben, ja? Es hat ein Konzept, dem ich folge. Ist es ein gutes Konzept? Ist es ein gutes Konzept? Das wissen wir noch nicht. Ich denke schon. Okay, so. Ich meine, ihr seht, was ich hier vorhabe. Wir aktivieren die Platte, ja? Wenn das funktionieren würde, könnten wir die Platte aktivieren. Dann, genau. Genau, genau, genau. Wenn ich auf die Druckplatte gehe, dann ist nämlich... Sollte das aktiv sein. So, das brauche ich nicht. Ich nehme jetzt wieder die Druckplatte. Eigentlich hätte ich es auch nicht Schalkerbox tun können. So. Mit der Druckplatte scheint es zu funktionieren, weil dann werde ich weggestoßen. Beziehungsweise die Druckplatte wird weggestoßen. Seht ihr das? Wir haben erste Erfolge. So. Oder auch nicht. Unbekannt. Weiterhin haben wir folgende Pläne. Wir nehmen nun ein bisschen... Äh... Upsa. La. Das ist das bei Unbegleich wieder. Wir nehmen nun ein bisschen Stein raus. Oh, wir können... Genau. Wir schmeißen ihn runter. Bäm. Oh. Da... Oh, da wird er stauen. Ich meine, er fliegt hoch, ja? Und dann wird er runtergeschmissen. Das war eher aus Versehen, aber ich bin ganz zufrieden. So. Genau, das soll... Theoretisch sollte es funktionieren. Theoretisch ist das der Plan. Jetzt machen wir hier noch Lava hin. Er kann... Ich weiß nicht. Ist es besser, wenn er in Lava gestoßen wird? Oder wenn er runtergestoßen wird? Ich glaube eigentlich, dass die Lava schon... Ich meine, es wäre schon lustig, oder? Es wäre schon witzig. Also, wenn wir ihn einfach in Lava schmeißen würden. Ich mache mal zwei übereinander, nur dass das sicher funktioniert. Und dass wir hier auch, äh... Naja, alles haben, was wir brauchen. Ich glaube, da muss ich aber noch eine extra Redstone-Leitung dazulegen. Das ist ja kein Problem. Ich habe ja große Mengen an Redstone. Ah, das ist so eine Cloud-Fiesta hier. Okay, das ist alles nicht schlimm. Was haben wir hier? Den kann ich nicht machen. Den Redstone-Repeater kann ich machen. Ich habe, äh... Ansonsten glaube ich... Alles, was ich dafür brauche. Wenn ich mich nicht irre. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal hier. Noch so ein paar... Noch so ein paar kleine Fackeln. Dann... Ah, ne, den Redstone-P... Den kann ich doch nicht machen. Äh... Hoppala. Chiseled Stone. Das sind... Chiseled Stone ist eigentlich nur Cobblestone, der durch den Ofen gejagt wurde. Richtig? Ich meine... Ich dachte, Flo hätte mir auch was davon gegeben, von den Steinen quasi, aber hat er nicht. Das heißt, wir benutzen jetzt mal kurz seinen Ofen hier für unsere Zwecke. Hoppala. Äh... Wieso hat der eigentlich in seinen Kisten nichts drin? Also, ja, er hat in einer Kiste was, aber... Okay, die Schalker-Box ist voll, aber was ist hier? Nur so aus Interesse. Alles leer? Der muss doch irgendwas haben, oder? Also, ich will ihn nicht beklauen, ja? So ist es nicht, aber... Das ist nur rein aus interessierten Gründen. Hm. Ähm... Ne, ich... Moment. Passt auf. Also, wir haben hier diese Sorgplatte, die sich automatisch ablöst, weil sie weggestoßen wird. Wir haben hier einen Ofen. Diesen Ofen nutzen wir nun. Ich will jetzt nicht den Floßofen benutzen, weil sonst muss ich ja die ganze Zeit hoch und runter und meh. Vielleicht brauche ich ja noch mehr, keine Ahnung, kann ja sein. Ich habe keine Kohle, deswegen legen wir da jetzt Holz rein. Und dann verbrennen wir hier ein bisschen Cobblestone, damit wir diesen... Theoretisch sollten wir dann den Stein bekommen, den wir brauchen, damit wir die ganze Falle auslösen können. Jetzt machen wir hier wieder Lava hin, aber... Ich bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert, deswegen lassen wir das mal lieber. Nicht, dass das noch irgendwo hinfließt. Ähm... Ich meine, es sieht nicht schlecht aus bis jetzt, ja? Wir haben hier ein Konzept. Wir müssen jetzt mehr oder weniger erstmal abwarten, bis die Steine durch sind, damit wir hier weiterarbeiten können. Damit wir hier mit unserem Repeater was anfangen können. Und, äh, diese Le... Äh, keine Ahnung, dass unsere Redstone-Leitung halt funktioniert. Ich meine, bitte vergebt mir. Es dauert einen Moment. Was ist das denn für ein verrücktes Vieh? Seht ihr das? Warte, das ist ein Zombie? Der reitet auf dem Pferd! What? Okay. Äh, hier ist wieder so eine Art, äh, Pilzfrau. Die ähnlich ist wie die andere Frau, nehme ich einfach mal an. Das heißt, wir bauen uns jetzt hier einfach mal sicher hoch, damit wir hier nicht angefallen werden. Und, äh, unsere... Unsere schicke Falle nicht schon wieder kaputt machen, okay? Ich hab gerne, das die ganze Zeit, die Aufzüge zu benutzen. Hier sind wir eh suspekt. Okay, das ist... Guck mal, das ist doch schön. Mensch, folgendes. Wir machen jetzt hier noch einen kleinen, ja, einen kleinen Bereich, der mehr oder weniger dazu dient, Flo zu erschrecken. Ich, da ist nichts drunter, was groß kaputt geht, ja? Wir haben hier Wasser. Ich will... Ich will nicht, dass das Floßhaus in die Luft fliegt. Ich will aber eine kleine, ja, so eine kleine TNT-Explosion haben. Aber ich glaub, wenn ich die unter Wasser mache, sind die Effekte nicht so schlimm. Und dann, dann geht nicht so wirklich was kaputt. Das heißt, ich... Ich glaub, er erschreckt sich dann mehr und denkt, dass was kaputt geht, als dass wirklich was kaputt geht. Ey, 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 ey. Lady? Nicht cool. Braucht ein bisschen Wasser. Hier ist zum Glück ein See. Aber ich hab ja den Eimer dabei. Vielleicht hätte ich zwei Eimer mitnehmen sollen. Ich hab theoretisch zwei. Wär eine Idee gewesen. Die ist, die ist richtig unverschämt hier. Lady? Nein. Ähm... Mein alternativer Aufzug. Wieder mal. Am Werken. Genau. Holy moly. Jetzt ist da auch noch eine Spinne. Was ich sagen wollte. Was ich schon seit einer viertel Stunde versuche zu sagen, ist... Wir bauen jetzt erstmal einen Repeater. Und wir machen... Ja, wir machen jetzt hier... So eine kleine Explosion, die aber nichts wirklich anrichtet, damit der keinen Schaden trägt. So. Nur so viel dazu. Wir haben jetzt diesen Redstone Repeater. Der Redstone Repeater wird uns zum Siege führen, sag ich. Ich sag dir, war ein Durchbruch in der Redstone Technologie, die mir vorher nicht bekannt war. Und... Jetzt ist der halt da, ne? Ja gut. Äh... Ich hab keine Ahnung, man. Was? Wieso? Was tue ich hier? Okay. Alles zu schön. Wir haben jetzt hier weitere Blöcke. Wir haben hier ein bisschen... Ein bisschen Wasser schon mal. Da arbeiten wir gleich dran weiter. Okay? Ich will jetzt erstmal hier nochmal meine Leitung verbessern. So. Ich sag, wenn wir hier ein großes Becken machen, wird das viel cooler. Richtig? Richtig. So. Hier unten ist nicht so viel Kram, der kaputt gehen kann. Ich mein... Da ist ja nichts. Wir haben jetzt hier... Das ist unsere unendliche Wasserquelle übrigens. Ich bin ja so clever. Wow. Theoretisch sollte das funktionieren. Glaube ich jedenfalls. Ups. Hoppala. Pro. Gamer on another level. Im Prinzip hab ich keine Lust, die ganze Zeit runterzulaufen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das theoretisch, wenn man diese drei Block-Geschichten hat... Genau. So. Wenn man den mittleren nimmt, als unendliche Wasserquelle dient. Weil das dann ja keine Strömung mehr hat. Und dadurch verliert man dann kein Wasser. Und dann muss ich nicht die ganze Zeit runterhüpfen. Ich bin ja so clever. Wow. So. Es hat schon mal... Ich mein... Vielleicht, wenn das Ganze nicht in die Luft geht... Im Prinzip, es soll in die Luft gehen. Dann ist überall Wasser. Aber es ist nicht wirklich Schaden eingerichtet. Okay? Das ist der Plan. Das Wasser kriegt er ja auch weg. Das ist ja nicht so viel. Aber falls es nicht kaputt geht, hat er hier wenigstens einen kleinen Pool. Gern geschehen. Flo. Gern geschehen. Und jetzt bauen wir da unten TNT rein. Wir haben leider nur sieben Blöcke. Wir haben keine neuen. Neuen wären natürlich schöner. Aber was soll man tun? Nicht wahr? Was soll man tun? Wow. Ich sag nur, da muss man aufpassen, dass man da mit Fallen hier keinen Unfug macht. So. Das ist jetzt jedenfalls das Signal. Das geht hier lang, ja? Das ist wunderschön, wunderschön, wunderschön. Das sollte auch alle Blöcke aktivieren. Theoretisch sollte das funktionieren, so wie es funktioniert. Ich meine, ich habe hier Unterbrechungen drin, aber da werden ja auch noch Blöcke verschoben von dem Blockschieber. Richtig? Ich bin mir nicht sicher, wie weit, aber wir bauen einfach mal drauf, dass das Ganze hier klappt. So. Bam. Seht ihr das? Seht ihr das? Wow. Das ist super, oder? Funktioniert. Funktioniert. Quasi. Jetzt ist der Block halt aktiviert. Ähm, wir müssen eben wieder abbauen und wieder hinbauen, aber das heißt, alles ist getestet. Ich bin ja so smart. Alles ist getestet. Wir müssen jetzt hier nochmal die Redstone-Leitung unterbrechen. Hoppala. Und dann sollte das nämlich auch klappen und dann kann der Flo hier eine kleine Überraschung genießen. Jetzt müssen wir den TNT-Block wieder reinbauen. Und jetzt wird's langsam gefährlich, weil... Ähm, ja, weil jetzt ist tatsächlich die Falle scharf, wenn wir so wollen. Okay. Ich bin ganz zufrieden. Ich bin ganz zufrieden. Lasst mich kurz einen Überblick verschaffen. Wir haben hier, genau, wir haben das TNT. Wir haben die Redstone-Leitung, die sollte funktionieren. Die ist getestet. Ich hoffe, dass hier keine Monster irgendwo reinlaufen, aber ich glaube, Monster benutzen den Aufzug nicht. Also bin ich da auf der sicheren Seite. Hier ist schon wieder mein Freund. Das Skelett, das verbrennt aber. Das heißt, da muss ich mich eigentlich nicht so drum kümmern. Das kümmert sich selber. Können aber... Ach, komm. Na, komm. Na, komm. Es kostet uns hier keine Mühe. Die Pilztuse schon wieder. Ladies. Ich dachte, wir hätten das geklärt. Pff. Frechheit. Wieso? Ähm, 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 ähm. Stopp. Okay. Puh. Scheinbar habe ich da irgendwie was Fieses aufgesammelt. Ich bin zufrieden. Ich glaube, ich glaube, das wird lustig, okay? Ich bin gespannt auf Flos Reaktion. Also ich bin super gespannt, was er dazu sagen wird. Ich glaube, er rechnet nicht davon, dass die Falle von mir ist. Ich glaube, er rechnet davon, dass die Falle vielleicht von Tops ist. Weil keiner denkt, dass das mein Heldenwerk ist. Aber das war es dann auch für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da. Wenn ja. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.